Buchautor Selza Mackenzie, Bestsellerautor, eine Million Bücher verkauft, ein bisschen Eigenlob muss sein, aber der weltweite bekannte australische Börsen- und Rouletteautor Selza Mackenzie, hat im Januar und Februar 2016 insgesamt 472715 Bücher seiner Ichimoku-Strategie und 503413 seiner bekannten Roulette-Strategie weltweit verkauft. Es gibt keine Geheimnisse, unten sehen Sie die Originalabrechnung des größten Buchhändlers der Welt.